Hier sehen Sie eine Balkon-Veranda-Kabine. Das ist super schön, da hat man auch zwei Liegen mit auf dem Platz. Doppelbett. Und kann halt hier schön draußen auf den Liegen liegen. Und hier hat man noch eine Hängematte, wo man dann schön sich bauen lassen kann. Einfach drauf schön. Und die Toiletten sind immer gleich. Toilette, Arschdusch und hier hat man begehbare Dusche. Sind alle gleich.